Nick! Was denn? Ja mindestens bis März. Ach im Leben nicht. Doch, die bringen doch nur zweitägig. Achso. Ja dann. Also ich bin jetzt auch da, ne? Wir können, wir können. Um welche Uhrzeit denn? 14 Uhr. 14? 14. 14. 14. Ab wann wollen wir denn anfangen? Äh wir haben... Mittwoch. Also ich guck nachher vorsichtshalber nochmal. Ich würd mich da jetzt nicht so spontan festlegen. Ja wegen, weil ich brauch halt ein bisschen Zeit zum schneiden, ne? Ja ich brauch noch viel mehr Zeit zum schneiden. Können wir drauf drehen? Ich hab da ja 15.000 Teile. Ja guck mal, ich dreh schon drauf, komm ich abgehe hier. Ui! Ja Mario, das hatten wir schon wesentlich knapper. Also wir hatten... Wir haben die Session produziert und am Tag danach sollte schon die erste Folge kommen. Ja das passiert mir nicht. War das nicht sogar das mit Real ETS gewesen? Äh... Ja. War da sogar die Session. Ja das war das wo ich dann äh... Oh hier ist die Brücke wieder! Erst irgendwie um... Ach ja stimmt, den Bereich kennen wir ja schon. Ich hab dann zum dritten Mal gemerkt, dass ich das immer noch nicht geschnitten hatte und dann auch eben noch nichts hochgeladen hatte und dann die erste Folge gegen 18 Uhr kam. Also für alle die die Brücke eben noch nicht gesehen haben und das beim zweiten Mal auch verpasst haben... Ja. Für alle Hackenpenner. Euch gerade was... Hahaha. Ich hab grad was zu essen holen, was? Hier ist es nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Ich fahr mal ein bisschen langsamer, damit ihr auch vorbeikommt. Wie vorhundertzehn. Ach ha ha. Ne ist das schön hier. Warum zu einer Insel hier? Können wir cruisen. Warum habe ich denn irgendwie unbewusst irgendwelche Tasten gedrückt? Mein Fernlicht war auch an. Was sind da los? Mein nächstes Kopf so, gehören aus. Als wenn ihr hier vorne ein LKW seht, der Schlangenlinien fährt. Gleich starten noch Scheibenwischer und rundum leuchten. Und da liegt einer auf der Autobahn gefährt. Ich geh an! Oh Scheiße. Mann ist das abendselig. Das andere Wort für scheiße Mist. Wo ist eigentlich Mario? Der ist so weggezogen. Ich bin hier an der Mautstelle. Kann man durch die Mautstelle im 210 durchknallen? Ja, auf der linken Seite kannst du das. Ich bin jetzt grad ganz links, ne? Ähm. Ah, gibts zwei. Zwei Häppchen. Zwei Liter. Oh, gleichzeitig. Mario, du kannst dich gern ein bisschen schneller. Kannst du, kannst du fahr den etwas schneller wie zu Hause halten. Bleib auf deiner Seite. Mario bleibt auf deiner Seite. Ja, ja. Parag. Schön. Ja. Ja. Was macht ihr da vor? Alter. Ja, wie hast du den Trakt damit? Ich hab's auf Video. Ich auch. Nur von etwas weiter hin. Wie geil. Wie geil. Alter, sowas von durch. Vor allem, er fängt so ein bisschen an zu hopsen. Hallo. Beruhigt sich. Hallo. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Klappspaten. Weißt du, ohne in den Rückspiegel zu gucken. 100% ohne in den Rückspiegel zu gucken. Nein, ich hab geguckt. Deswegen bin ich da rübergezogen. Du bist mit einem Meter Sicherheitsabstand vor mir reingezogen. Kannst du nicht sagen, dass du reingeguckt hast, Alter? Ach, ich glaub das ist ganz gut, dass ihr alle ein kleines bisschen leiser seid als ich. Das gleicht sich wieder aus. Wie Premium ich bin. Ja, oder? Ich Premium... Äh... Soll ich vielleicht kurz prallen, dann kriegt ihr das noch nicht hin? Alles Entschuldigung. Alles Entschuldigung. Tut mir leid, ich kriege alles abgedrückt. Guck mal im Tab-Menü auf Nummer 142. Wer kommt denn da gerade hinter mir? 1, 2, 3, 2... Ach, der Tavitschule! Nippelfolie ist sehr toll. David, Hilfe, was machst du? Ach, David. David fährt schon wieder ab. Ah, Hilfe. Das geht doch eh schief. Vielleicht kommt er da runter gepullert. Ah, ich bin hier. Ah. Oh 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 oh! Äääbid diesenàtrailer der so gelöstet ist ne? David, pass mal bisschen auf hier gehts jetzt! Ja genau! Meust! Wow, was? Das ist einfach die absolute160 Speyehziękuję! Ahh, wo kommt er denn her? H resolver! Ahhh! Boah ey! Alter, du wirst bitte gesund�� Muss! Ich hatte noch nie so viel Spaß bei ETS, ich habe das Vertrauen in die Hofbahn verloren, ey. Also der Nick hat Spaß, das ist doch schon mal ein ganzes Gefühl. Ach, genial. Der macht mich fertig. Hermi? Hermi? Ja, ich habe keinen Humor, ich weiß. Nein, Hermi, pass auf, da kommt einer von rechts. Ja, damit habe ich gerechnet. Pass auf, da kommt einer von rechts. Oh Mensch, der von rechts hat vergessen zu lenken. Oh Mensch, es ist eine Leitplanke geflogen. Oh Mensch, es ist doch über das Brückengeländer geflogen. Er ist besser, als die man sich schaut. Oh Gott. Was war das? Oh Gott. Was war das? Was war das? Hä? Das haben wir ins Dach fahren können, das ist eine wahre Wand. Ne, das war keine sichtbare Wand, du bist einfach nur gegen die Leitplanke geschossen. Ne, ich gehe. Nein, da war keiner, da war ich nicht. Ja, ich habe es noch geschafft zu bremsen. Aber Nick, dann kam es zu. Hey Leute. Ich bin an dir vorbeigefahren und ich bin da so dran vorbeigefahren, dass ich an dir hängen geblieben und sofort stehen geblieben bin. Ich habe gar keine 100% Schaden, die der Nick mir gerade verpasst hat. Was? Hey Leute. Wie denn das? Weil du mich voll erwischt hast. Ich habe immer auch nichts bekommen. Oh, guck mal, ich fahren Züge. Guck mal, ein Zug. Ja. Oh. In Deutschland sind das, glaube ich, die BR 642. Ja, aber du kommst, du kommst entweder nach Tredeborg oder nach Malmö. Ja, die Zero genau. Ja, natürlich. Ich habe 100% Schaden. Und die Karre fährt noch. Ja, du hast wirklich ein 100% Schaden. Ja, das ist wohl wahr. Soweit du die Motorfehlfunktion bekommst, bist du tot. Ja gut, aber vielleicht schafft er es ja noch bis nach Tredeborg. Wir müssen hier rechts abfahren. Wir fahren hier rechts. Ja, wir müssen rechts fahren. Da fahren wir nochmal rechts. Ja, okay, alles klar. Ich bleib immer noch weiterhin. Ist besser. Gibt es irgendjemanden, der das hier heute nicht lustig findet? Hallo. Okay, keinen. Guck. Guck. Ich glaube, der Tarek ist ein bisschen angenervt. Nee, auch nicht. Ach, Tarek. Ich will wieder herabschwerden und hohen Blutdruck. Tarek, das ist doch mal lieb. Jetzt hätte ich auch noch was mit meiner Zeit anzufangen und müsste auch noch irgendwie was für andere Leute machen oder sowas. Ja, wenn du was für andere Leute machen musst, ist das ja dein Problem. Ja, ich würde das nur auch noch irgendwann gerne schaffen und nicht hier ein bisschen halten oder sowas sitzen, um hier ETS aufzunehmen. Was musst du denn für andere Leute machen? Motorfehlfunktion. Oh. Ich habe mich angeboten, jemandem bei einer Modifikation für OMSI zu helfen. Tja. Wenn die Leute mir halt damit auf den Sack gehen und irgendwann... Ja, dann muss das warten. Ach. Ja gut, aber... Alter, was machen wir? Ach, nee, oder? Der David fährt mit 100 in den Kreisverkehr. Ja, sehr gut, sehr gut gemacht, Tarek. So geht das. Ja, ja, mich abhängen. Oh, nee. Jetzt bin ich kaputt. Ups, das tut mir leid. Ups, da kommt hier. Aber ich hatte eh Vorfahrt. Äh, Mario da vorne ist der Tankstellen. Ja. Oh. Ich will hilf mir. Ups, Fizzyboy. So genial. Ja. Da kommt auch noch Tarek angeflogen. Ey, ich hab so Bauchschmerzen gerade. Jetzt links? Ja. Ich fahr jetzt links und dann rechts. Ja. Aber wir sind in Trelleborg, kann das sein? Ja. Okay, ich fahr mal in die Werkstatt. Ich fahr mal in die Werkstatt. Ja, ja, deswegen ja. Kann das sein, Trelleborg. Hier ist eine Werkstatt. Ah, eben. Wo? Rechts. Geradeaus oder links? So ein Stückchen geradeaus und dann auf der linken Seite. Und jetzt links? Äh, warte. Ich seh deine... Da, linke Hand. Ich bin jetzt links. Allee. Jetzt links. Ja, mach ich doch. Bremst erstmal so, dass ihr alle anhalten müsst. Habt ihr auch alle schön brav angehalten? Joa, natürlich haben wir das. Äh, ja. David? Wir hätten natürlich auf alle brav im Konvoi einen hinten drauf handelt. Ja. Wie der Tal, der irgendwo hängen bleibt. Und der nickt. Mit einer volle Lutte. Hab ich da gesagt? Ihr seid alle so fertig. Das geht gar nicht. Das ist aber auch nichts Neues. Also mittlerweile... Also ihr wusstet ja worauf ihr euch einlasst. Achso, Moment. Ich muss auch erst mal reparieren. Wartet mal ganz kurz. Da kann ich ja nichts für. Ist nicht so geil. Dass der David so ein bisschen Knall hat, das wussten wir schon vorher. Knallunschlag, dass er sich so stark ausgeprägt hat in den letzten paar Tagen, Wochen, Monaten, wussten wir es nicht. Doch, ich bin mit David auch schon ETS gefahren. Musst du hier abgeben? Hallo, du hättest uns doch vorwarten können. Oh ja, natürlich Herr Tante. Achtung, Achtung. Hast du nicht Lichtwurr gemacht? Na ja, Pech. Was machst du denn jetzt auf dem Busbahnhof? Auf wen warten? Sind die nicht da oder was? Doch, aber mitten auf der Straße warten möchte ich halt nicht. Ich bin da. Oh, das war ein Schiff. Hi. Aber du blockierst sowieso als letztes. Aber du blockierst alle Busse. Ja. Oder kommt der... Oder kommt der... Oder kommt der... Oder kommt der... Ja, da kommt der... Da kommt der... Da kommt der Unfallfahrer. Los! Fahr! Oh, ist das schön. Geh weg, Herbie! Warum steht der David? Vor allem steht der David, meine Güte. Muss irgendwer tanken? Nein, jetzt ist einfach Fahrrad. Nein, jetzt ist einfach Fahrrad. Jetzt habe ich dir aber gezeigt, wie man das sagt. So. Weil ich hab schon gedacht, die heute Abend am Steintor, die da immer ständig aufgerückt sind und ja, den Kreuzungsbereich blockiert haben, denn auch noch die Linksabbieger, die noch mitten auf der Schiene sich gestellt haben und die blockiert haben. Entschuldigung kann ich mir wahrscheinlich wegnehmen. Nee, feuchtig. Also... Ja, wie! Ist doch Rotar. Ja, okay. Tarek, ich kann den Weckle noch zu fahren. Ich hab doch den Warnblick da an. Ist doch alles gut? Ja. Ach so. Jetzt können wir ganz gepflegt weiterfahren. Das ist ja kein Problem. Gab ich auch nicht. Ich möchte eigentlich gar nicht ganz vorne fahren. Da hinten ist viel zu lustig dafür. Ist doch alles gut. Nein! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann, Tarek, du kannst nicht wegnehmen, was nicht vorhanden ist. Ja, ja, meine Güte. Wir können dir mal... Ne, ne, David. Ne, ne. Da kommt der David wieder angefahren. Bei den Leuten wirklich... Also David, in der Mitte vom Kreisverkehr ist nix, ne? Du kannst es versuchen. Wenn da wirklich nichts da ist, das könnte wirklich sein. Jawoll, ja. Hallo. Ja, hier auf der linken Spur fährt ja keine Sau. Ja, aber so ein Knacks auf. Alles reif auf unsere Zeit. Oh, sch... Seid doch so überkloppt seid ihr. Nein! Ach, ja! Oh, Mann! Oh, Mann! Dick, fahr rechts! Rechts! Bleib rechts! Lass das nicht! Nein! Und jetzt? Was passt jetzt? Ja, keine Ahnung. Was halten wir denn davon, wenn wir mal versuchen, 90 zu fahren? Ah! Hallo! 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 Kann man ja nicht um das Schild rumfahren? Ist das möglich? Äh, um die... Dinger... Probier's ruhig aus! Wir kannst es ruhig probieren, ja! Vielleicht ist es technisch... Vielleicht ist es einfach nicht gut. Es ist möglich, doch. Wer ist denn überhaupt hinter mir? Gar keiner grad, ne? Doch, ich. Tarek. Siehst du, was ich mache? Ja, siehst du. Ja, das ist ja das Problem. Muss jemand tanken? Nein. Nee. Ich würd ja gern was trinken, aber... Ja, lass mal. Das spuckst du eh direkt wieder aus. Das spuckst du eh direkt wieder aus. Das spuckst du... Das spuckst du, was ich mache das? Das spuckst du... Das spuckst du... Ich das spuckst du...